Und willkommen zu einer neuen GTA Cunning Stunts Map. Dieses Mal, oder es ist überhaupt Cunning Stunts, keine Ahnung. Dieses Mal eine Cunning Übersetzung mit Flo. Hallo. Hallöchen. So. Achtung, der erste Punkt ist hinter... Nein, das ist gar keine... gar keine Cunning Stunts Map. Gut. Als ob... Ich hab den Punkt aber bekommen, also so ist es nicht... Als ob ich mich... Du hast bei mir auch gerade irgendwie etwas rumgehüpft. Ja, ich war bei mir auch gerade irgendwie... Ja gut, das war jetzt wieder bestes Deutsch. Ich war bei mir auch gerade voll am Längen. Ich bin nicht am Längen bei dir, oder wie? Nee, ich hab gerade gelackt. I believe I can bomb. So. Ja, so ungefähr. Ich wär mal mürt. Alter, das ist jetzt einfach nur stumpfes Checkpoint abfahren, oder wie? Ja. Also Links zu Julians Kanal in der Videobeschreibung. Äh, okay. Das sei denn, er stimmt dem nicht zu. Ebenso. Wieso? Ja, irgendwas müsste ich ja jetzt sagen als Lückenfüller, sonst wär das ja langweilig gewesen. Genau. Ja. Hast du den Pump jetzt schon? Ja, ne? Ich lage weiter. Den First Try zufälligerweise. Ja, ne, ich hab... Also ich bin so... Äh, okay. Okay. Gut, das hat nicht ganz geklappt. So, Self Radio on. Ah, okay, das klappt. Hat der Julian. Ah, aber... Ah ne, ich dachte schon, du hast verkackt. Nein, ich hab sogar verkackt. Aber an einem anderen Punkt, dann halt an einer anderen Stelle. Als ob ich gegen die Scheiß aus dem Mauer geflogen bin. Oh mein Gott. Alles klar. Okay, das musst du dir anschauen in der Aufnahme, wenn ich's hole, Alter. Ja. Alter, das sah gut aus. Wird auf die Kante geflogen und boom. Also du musst dir auf jeden Fall meine Aufnahmen auch anschauen. Ich hab auch einige komische Stellen drin. Oh, ne. Ich kenn die Map, glaub ich auch. Macht ja keinen Spaß mehr, wenn du... Ja, wenn du die alle schon kennst. Ja, keine Ahnung, ob wir's schon gesagt haben. Also... Cunning... Ach ja, ich kenn die... Ja, ich weiß, welche... Das ist keine Cunning Stunts Map und, ähm, hat 26 Prozent. Dorthin ging's irgendwo hoch, oder? Alles klar. Gut, ich bin dann erstmal runtergefahren. Wenn ich das schon sehe... Die hab ich mal so ne ähnliche mit, ähm, Controller auf der Playstation 4 gezoppt. Mit Controller ist sowas unmöglich. Du brauchst nur kurz verreißen und... Farme Kont... LOL! Wenn du bei mir rumlegst. Echt? Ich legge bei dir? Alles, ja, so leicht, dezent. Du bist bei mir grad voll auf der Kante gefahren. Jetzt fährst du bei mir in der Wand drin. Ja, ich bin grad bei mir auch voll auf der Kante gefahren. Nein! Ich bin nur runtergefahren. Ähm, soviel zu mit Controller und so. Ja, ich hab... Und ich fahr mit Controller. Echt, du fährst mit Controller? Alles klar. Okay. Bist du auch vor dem Punkt? Ja. Ich bin... Ich hab ihn einfach mal mit Tastatur kurz gefahren. Dachte mir so, komm, das schaffen wir schon. Und hab dann einmal zu hart nach links... äh, nach rechts gedrückt. Also sowas mit Controller fahren könnte ich nicht. Ich will es jetzt auch nicht probieren, weil es dann einfach scheiße wird, aber... Alter! Hauptsache, ich fahr direkt wieder runter. Ähm... Bist du gerade hinter der Laterne durchgefahren? Ja. Ja. Ja, warum? Schlingel. Schlingel, zieht euch. Wow, bei mir bist du gerade einfach 1A gerade noch... ...druckgefahren. Eihihi. Ich hab keine Angst, dass ich... Ich hab keine Angst, dass ich dir zu nahe komme und du einfach mich wegblitscht. ...blitscht quasi. Ehh... 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 Über mir stehst du einfach? Ehh... 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 Und wenn du jetzt auch nicht geschafft, kannst du ja? Ehh... Okay, ich schieße dich nicht mehr ab. Gute Idee. Ich dachte du wolltest den Punkt jetzt über Cheaten erreichen. Nein. Alles klar. Alles klar. War wohl irgendwie nix. Oh, ich hab's auch nicht geschafft. Ah scheiße. Du warst jetzt eins dafür? Ey, ich war gar nicht... Cheaten wahrscheinlich sogar mega einfach. Du musst mal in meine Aufnahme gucken, ich bin grad irgendwie... Ja, stimmt. Ich bin grad irgendwie unter der Map gewesen. Da geht's nicht durch. Äh, alles klar. Ja, ich... Ich lag auf dem Boot und war unter der Map auf jeden Fall mit dem Kopf. Auf jeden Fall. Alter, ich komm grad nicht mehr auf diesen Container drauf. Wir müssen auch mal Mission spielen, dass ich mal bissl Geld bekomme. Also ich bin oben. Okay, du auch. Ich auch. Alter, ich war jetzt so vorsichtig. Ich will jetzt nicht schon wieder verkacken. Ich hab's. Ja. Ich hab vorher einfach einmal zu weit nach rechts gelenkt. Das hat mich eigentlich so viel Zeit gekostet. Ja, ich wollt vorhin auf E kommen und bin auf D gekommen. Und dadurch bin ich dann eiskalt... ...straight nach unten. Naja, das wäre ganz nett. Alter, jetzt wäre ich fast wieder runtergefallen. Als ob! Was heißt das hier mit fast wieder runtergefallen? Ich hab's... Ich hab's nicht geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Echt nicht? Nein. Echt nicht? Nein. Alter. Ah, alles klar. Nein, okay. Soll ich mal Cut setzen und in einer Stunde weitermachen? Echt jetzt? Ja, ich will jetzt einfach nur den scheiß Punkt bekommen. Okay. Jetzt geht's bei mir wieder weit. Hast du den Punkt? Ja. Also mal gucken, ob ich die Stelle rausschneide und dann so einfach so einen Magic-Effekt hinmache. So geht's sauber. Genau so. Okay. Man, du hast jetzt noch Sponshots. Oh, da ist ne schöne Rampe. Ähm... Hat jemand ne Ahnung, wo ich hin muss? Ja! Ich hätte es fast geschafft. Ich hätte es echt fast... Ja, die Map hatte ich schon... Weiß ich nicht mal, wo ich hin muss? Die Map hatte ich schon... Ah, du musst auch diese Steil... Ja. Die Map hatte ich damals, wo ich... Dieser scheiß Bus. Die Map hatte ich damals, wo ich den alten PC hatte, so ein Fertig-PC, wo noch nicht mal Minecraft flüssig drauf lief. Ah, alles klar. Da habe ich die Map in meinem Lack-Zustand versucht und hier ging es dann gar nicht mehr. Ah, alles klar. Ja, ich glaube, hier oben drauf ist gar nicht so verkehrt. Du bist auf dieses Vordach. Bin ich doch. Ja, ich nicht. Ach so. Ja, ich bin drauf. Ja, genau. Und hier hin. Ich habe mich gemaut. Jetzt kommt der Übelste, der krasse Spro. Na gut, so krass ist er nur. Aber er ist schon krass. Pass auf, jetzt fahre ich mit meiner Geschwindigkeit einfach irgendwann... Servus. Servus. Ich hole noch ein bisschen Speed. Nein! Ey! Hast du gerade gegen mich gefahren? Ja! Und... Nein, ich habe es auch nicht geschafft. Und jetzt sind hier Autos im Weg. Leere Autos, leere Banshees. Na gut. Ne... Mach mal einen Flug. Hä, warum reagiert denn gerade mein Geh denn? Weil du Spawnschutz hast. Ach so. Ja. Sehst du endlich mal auf dein Mobbid auf? Nein! Ich habe den Vorbau geschafft. Ich habe den Vorbau geschafft. Soll ich dir sagen, dass ich es schon wieder nicht habe? Ne, ne. Das kann ich nur schon denken, wenn du das... Als ob ich einfach an der Rampen vorbeigefahren bin. Da sage ich nur eins. GG. Good game und so. Ja. Profi Gamer hier. Klar. Alles klar. Okay, das war... Schlechte Idee. Ich glaube, du brauchst da gar nicht mal richtig Speed. Dort stand gerade einfach ein scheiß Auto vorm Weg. Und ich war jetzt gerade an der Wand. Das steht dort. Da steht immer noch eins. Geht immer noch ein Weg. Nein! Ich... Ich bin vor... Ich bin vorbeigeflogen. Ich bin über die Kuppel dort geflogen. Ich bin schon mindestens dreimal über die Kuppel geflogen. Warte mal, ich hole mir jetzt das Motorrad da hinten. Alter, das ist so einfach. Du musst noch nicht mal ansprungen holen. Echt nicht? Du kannst einfach direkt drauf fahren. Der ist einfach zu dem Ende von diesem kleinen Müllcontainer und du fährst hoch. Warte mal, ich hole mir jetzt mal ein anderes Motorrad. Was ist das? Eine Shizu, irgendwas. Uh, so ein richtig geiles Teil. Jetzt musst du mal gucken, wie ich es schaffe. Ah, Alter, nein. Nicht im Ernst. Und ich kann schon wieder respawnen. Okay, du musstest Fullspeed alles schaffen. Ah, okay, hier ist ein Checkpoint. Gut, hier ist ein Checkpoint. Als ob mich jetzt einfach hier im Bus weggefickt hat. Done. Nein. Jetzt habe ich mich selber weg. Die ganze Rampe ist voll voller... Bin ich gar nicht rum... Voll fast... Aber extra runtergekommen. Ja, und jetzt bin ich explodiert wegen... Das hast du jetzt nicht gesehen, oder? Äh, nein. Ich bin... Ich habe hinter geguckt und bin gegen die Laterne gefahren. Ich fliege mit meiner Laterne. Meine Laterne mit mir. Da vorne ist eine Laterne, da hole ich mir erstmal ein Bier. Ich habe schon wieder nicht geschickt. Ah, alles klar? Echt jetzt? Ich muss mal bei Facebook gucken. Ich muss mal bei Facebook gucken. Mein Moped ist natürlich mit explodiert. Ein Wallride machen, oder was? Mein Moped ist natürlich mit explodiert als Killer. GG. Eisen fährst du da, wa? Ja. So, also wenn ich dann hinten auf der Überdachung mal wieder sein sollte, ich brauche keinen Anschwung, sagst du. Ja, also ich habe es einfach mit Wheelie von dem Ende des Containers gemacht. Hier sind ein... Kannst du mal bitte... Ähm, hier mit... Hast du RPG oder so? Ja. Kannst du mal bitte die Autos hier vor mir fernhalten? Ach, nee. Oh, jetzt hört es mich. Das war wieder auf meinem Moped klären hier. Ach, du willst dein Moped klären? Ein Moped klettern. Ach so, ich habe verstanden. Du willst dein Moped klären. Ja. Äh, brauchst du mich jetzt noch? Nee. Jetzt nicht. Jetzt nicht mehr. Ich habe es gerade geahnt. Ich komme gerade hin, dann natürlich nicht mehr. So, wie und wenn ich auf der Müllrampe stehe, brauche ich keinen Anschwung. Da brauche ich einfach nur... Fahr einfach zum Ende der Müllrampe wieder hin. Also lass dich so ein Stück zurückrollen und dann... Dass du so leicht auf dem Container noch stehst, auf dem richtigen Container und dann einfach... Habe ich mit Wheelie... Habe ich einfach hochgefahren. Okay, ja. Wieso mault ich mich gerade die ganze Zeit? Ja, ich habe mich auch gerade gemault. Ich laufe mal lieber, weil... Wie ich mich kenne, bugt dann mein Motorrad runter. Okay. So, den Punkt habe ich auf jeden Fall schon mal. Der war jetzt... Als ob ich jetzt... Ach, nee gut. Nee, 13 Minuten davor waren ja auch schon Punkte. Loll. Jetzt gerade gelaggt. Hä, wie komme ich denn da hoch? Wo hoch? Na, wo... Du musst einmal komplett gerade durchfahren, also du stehst auf dem Dach, gell? Ja. Da musst du einfach gerade durchfahren, also und... Ja, dann musst du beide Rampen mitnehmen. Und Wheelie ziehen oder nicht? Ja. Toll. Ja, ich habe gerade zu wenig Wheelie gezogen, da bin ich fast in die erste Rampe rein. Toll. Bei mir war gerade mein Hinterrad kurz unsichtbar. Okay. Thema. So. Als ob ich neben der Rampe gelandet bin. Als ob. Ja. Oh, jetzt muss man hier noch. Jetzt schaffe ich es nicht mehr auf den ersten Container zu kommen, oder wie? Was soll denn das jetzt? Ja, das ist mir zwischen der Rampe passiert. Wenn man so... Die Folge hat auf jeden Fall mindestens eine angemessene Folgenlänge. Ja. Weil meine Folgen waren ja immer... Keine Ahnung, ob du schon mal eine gesehen hast. Übelst kurz. Äh, ich glaube 10 Minuten so unter maximal. Nein, jetzt habe ich mich überdreht und habe dadurch... Okay. Nicht überdrehen. Alles klar, da geht ja einfach keine WD-8-Technik. Und fahre ich halt hier. Ich schaff es trotzdem noch nicht hoch genug zu kommen. Also ich hatte... Ich habe auch ein paar Mal gebraucht. Ich glaube 2 oder 3 Trice, dann habe ich irgendwann die Höhe bekommen. Erb haben die Losers hundertprozentig schon mal gespielt. Die kenne ich sowas von. Ja, ich auch. Ach, jetzt hatte ich die Höhe, aber die Weite nicht. 25 von... Ich schaue einfach gerade auf die Checkpoint von 46. Und ich schaue gerade in dem Moment, wo ich auf die Checkpoint schaue, fahre ich erstmal irgendwo gegen. Fasst so richtig gut. Ja, jetzt habe ich den Punkt locker. Was ist hier jetzt in Wallride? Ja, du musst irgendwie ziemlich Glück haben, dass du da auf diese Plattform dann links kommst. Äh, rechts kommst. Achso, also ist es... Du musst da irgendwie gegen fahren und dann... Ich glaube, ich habe auch laggt bei mir gerade so. Ich lagge bei dir oder deinem Spiel? Ey, mein Spiel hat gerade gelaggt. Achso. Und ich habe gerade einen wunderschönen Salto gemacht. Was... Was hast du für eine Grafikkarte? GTX 1060 6 GB. Also eigentlich sollte es da nicht liegen. Ich habe eine GTX 57 Ti mit 4 GB. Wie viel FPS nimmst du auf? Aufnehmen tue ich in 60 FPS. Geht es bei OBS eigentlich höher als in 60 FPS? Äh, ich glaube, wenn du nicht übliche Werte nimmst. YouTube nimmt ja eh maximal 60 FPS an. Achso. Ich komme gerade nicht an den Team. Du bist, glaube ich, in 1080, glaube ich zumindest. Ne, ich render nur an 750. Ne, in 730, 720, weil es sonst bei meiner Internetleitung Arschlange dauern würde. Ja. Ah, ja, stimmt. Dagegen dich hat der Ryo eine schnelle Internetleitung. Ja, der hatte aber auch erst eine 4000er Leitung. Ne, er hat eine 16er Leitung, aber bei ihm kommen nur vier an. Achso. Oh. Ne, das passt doch. Ich sehe nicht, warum es gerade so laggt. Ich komme nicht auf die komische Plattform bei dem Roll Ride. Ja, ich hätte auch... Lol. Ja, gut, ich fahre erstmal unter. Hatte ich auch ein bisschen Probleme. Ich hoffe, ich kriege die Folge gut komprimiert, sonst dauert es bei mir zwei Tage, bis die hochgeladen ist. Hauptsache, ich bin erstmal schön auf die, äh, auf die, auf die Taste von TeamSpeak gekommen für das Macro von Newton. Also, sorry für diesen schönen Ton. Ich habe nichts gehört, also ich hätte bei mir nicht... Ja, aber die Ding, die Zuschauer. Achso. Bei mir in der Aufnahme müsstest du es ja hören. Kannst du eine Bierflasche imitieren? Was will ich? Kannst du... Kannst du eine Bierflasche imitieren? Meinst du das jetzt? Achso, okay, äh, nein, ich glaube nicht. Ich will es aber auch gerade gar nicht ehrlich ausprobieren. Ja klar, in der Aufnahme erstmal bloppen geübt. Genau. Warum habe ich gerade... Warum tust du sowas? Ja, weiß ich auch nicht. Das ist doch nicht angenehm. Ah, daaaah. Nimmst du mit Rapcam auch, oder was? Ja. 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 Und Baum. Ja, jetzt stehe ich vor dem Ziel. Bei welchem Checkpoint bist du? Bin jetzt bei Checkpoint 14. Ach, zum Stress. Ja gut, dann machen wir es ganz einfach. Dann beende ich jetzt hier die Folge mal und den Rest seht ihr bei Flo. Ja. Also, ciao. Ja. Ey. Ey. Ich habe jetzt nur 19 Minuten. Okay, ich hänge einfach an dem Wallride. Es ist einfach so scheiße, ich hänge halt einfach an dem Wallride. Ey, ich hänge halt einfach dran. Echt. Echt? Ja, ich hänge dran? Ich glaube, ich gehe jetzt nicht. Mensch, du bist aber heute anhänglich. Ich schaff's einfach nicht den Scheiß. Kannst du mal kurz herkommen und mir Tipps geben von unten? Mann, jetzt wollte ich grad schnell schauen, ob ich die Folge, ob die Folge auch die Lags hat. Achso. Aber kann ich schon machen. Jetzt hätte ich es fast geschafft und nur hat mir Wios winziger Millimeter gefehlt, um auf den Dings zu kommen. Ey, wenn, dann Cavs winziger Millimeter. Achso, ja. Stimmt, ist ein richtiger Kevin. Ey, kannst du mal auf deinem Motorrad bleiben? Warum? Ja? Alles klar, mein Motorrad. Ach nee, ich dachte schon. Ich dachte schon, mein Motorrad wäre oben auf den Holzbalken liegen geblieben. Oder hängen geblieben. Jetzt schaffe ich es noch nicht mal ansatzweise auf das Ding zu kommen. Aber Alter, wie weit du weg bist. Ja, ist halt einfach so. Ich schaffe es halt einfach nur noch auf das Ding zu kommen. Das ist scheiße. Mhm. Well, it's that time again. Time for the 1% to talk to the 99%. Through a series of highly produced commercial messages meant to change your behavior for the worst. Wo muss ich ihn eigentlich hin? Ach, dort. Kann man doch auf... Kann man doch cheaten bestimmt. 100 pro. Kannst du, glaub ich, wirklich, ja. Probier ich jetzt einfach raus. Das ist auch schnell für dich und cheaten. Ah, du kannst mega einfach cheaten. Okay. Oh ne. Komm hierher, wo ich mit bin. Hatte das nicht sogar... 10 Sekunden. Hatte es nicht sogar Deko auch probiert zu cheaten? Also wenn der Deko es nicht geschafft hätte bei der Stelle, dann, äh, dann muss er echt schlecht sein. Wer? Warte, ja. Ich bin gerade vom Motorrad geflogen. Gehst du. Du bist okay. Oh, was ist denn hier für ein geiles Motorrad? Also schau, hier wo ich bin. Ja. Einfach... Okay. LOL. Alles klar. Ähm, mein Motorrad liegt da oben. Ja, so hätte ich mir jetzt einige Zeit sparen können, hätte ich das eher geschnallt. So, hättest du. So. Ich fatt mal ganz kurz aus dem Spiel raus, ich muss mir was nachschauen. Okay. So. Mal ganz kurz in der Aufnahme schauen, ob ich da auch Leaks hab. Mhm. Das kannst du nicht. Ich wär eh, ich wär eh nicht vor dir ins Ziel kommen. Von daher. Ja, man sieht in der Aufnahme auch Leaks. So, die Stelle hier mach ich mal kurz mit dem Controller, wo man über das Gitter fahren muss. Also. Mach auf die H opinions. Das kannst du nicht. Ich geh. Das kannst du nicht. Du bist ja gehört. Du bist. Du bist ja auch. Du bist noch einzig. Du bist. Du bist ja auch. Du bist ja nur nicht. Du bist ja auch nicht. Du bist ja auch nicht. Du bist ja auch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Und dann nochmal den Punkt Wo muss man jetzt eigentlich hin? Dann machen wir weiter Bist du gerade, dass du auch so mit einem komischen Äh Durchsichtigen Teil bist? Ja, komm ich los Geht es dann unten im Bahntunnel weiter? Ja Schauen wir mal wieder, damit wir jetzt wieder mal ein bisschen Ja Ich habe gerade nichts verstanden, aber okay Ich habe gesagt, ich respawn mal Bin ich wieder näher Ich wäre nicht vor dir in Stil gefahren, wie bei der letzten Folge Ja gut, da habe ich sie auch zugelassen Ich war am Ende in Troll-Modus Oh Alter, ich kann mit Tastator so schlecht fahren Ich kann mit Controller Ich glaube, du bist ja gar nicht mehr weit weg Ich kann mit Controller so schlecht fahren Also ich habe gerade den dämlichen Konzentrations-Scheiß hier gemacht Wo man über das Gitter dutten muss Über das komische Dach dutten Das habe ich mit Controller gemacht Weil es mir Tastator mit dem Hinterrad durchdrehen lassen Es ist halt übelst unkomisch Mit Tastator musst du halt weh und es gleichzeitig drücken Ich habe jetzt schon Bock ein bisschen zu Trollen Lass mich bitte erst mal den Punkt kriegen Aber so schwer fand ich die nun für 26% nicht Also wenn selbst ich die geschafft habe Warum sind jetzt hier so eine komische Reifen im Weg Ich habe auch nicht mehr verstanden Also ich meine 30 Minuten für die Folge Ja, ist wenigstens mal eine ordentliche Folge Guck, bei mir ist sie 19 Minuten Ja, ich habe aber immer zu kurze Folgen gehabt So, weil ich halt mal nix rausschneide Das Problem hast du jetzt nicht Nee Jetzt ist die einfache Antwort So, naja, als Entschädigung Scheiße Als Entschädigung des gestern Keine Folge kam Kommt halt heute mal eine längere Nee, muss halt mal so So, nur jetzt dafür Für Lodo Und nicht, dass du es nicht schneller schaffst Ah, ich habe es zu tun gehabt Ich bin noch so ein Ich bin noch so ein Parkplatz Ja, ich hätte gleich Hättest du mir das gesagt, dass man dort einfach cheaten kann Oder dass man dort rein muss Hätte ich ja gleich cheaten können Cheaten ist braun Ich habe es nicht gecheatet gemacht Nee, aber ich Weil ich es einfach nicht nochmal hingekriegt habe So muss man hier jetzt noch nicht ins Ja, deswegen solltest du noch nicht ins Ziel rein Weil du kennst ja meinen Griff Ja, das war eine Granate Ja, ich weiß aber Trotzdem Braucht man hier Tempo? Du musst vor allem die Rampen mitnehmen Ja Das wird schon das erste Problem sein Sehe es Aber du könntest es glaube ich Im Notfall sogar zu Fuß machen Ja, ich probiere es jetzt mal mit dem Motorrad Das muss doch zu scharfen sein Okay, ich versuche es zu Fuß Au Alles klar Ich versuche es zu Fuß Hauptsache, bei mir müsste erst mal schön nach vorne gelegt Echt? Dann ist da vorne einfach bei mir im Punkt drin Alter Du hast da genau in dem Moment gesagt Du machst es jetzt zu Fuß Deswegen dachte ich so richtig trollmäßig Hä, was macht mein Ich weiß nicht, vielleicht sagst du wie es sollen Ja Alles klar Mist, ich stand gerade auf deinem Fahrzeug Und dann Ich saß auf deinem Fahrzeug Und dann ging es auf einmal nicht mehr Versuch erst mal, ob du da drüber kommst Sonst macht das keinen Sinn Wo muss man denn hin? Alter, hörst du wohl auf? Hey, ich habe Hauptsache, ich habe vor fünf Sekunden geschossen und der NASA hat das nicht so aufhören Ich denke mal, die Legs liegen an dem GTA-Server Würde ich denken Scheiße, meine Annäherungswien sind weg GG Äh Äh, ja So, bei mir bist du einfach mega-Hotter-Gelagd So, dann sind wir im Ziel Dann war's das für heute Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Ciao, ciao So, dann sind wir im Ziel